Ich finde, der Secret Prosecco, der ballert so arg. Es ist anders als sonst. Sind wir klatschen? Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen bei Ohren zu. Augen auf. Dem Podcast zur aktuellen Staffel Stamina 21. Und diese Folge, also quasi die sechste Folge, haben wir heute gemeinsam geschaut. Das zweite Semifinale. Tom, it's all going down. Ich glaube, es sind unseren Zuhörerinnen und Hörern ein Statement schuldig, von dem sie gar nicht wussten, dass wir es ihnen schuldig sind, weil nach der letzten Sendung haben wir uns gedacht, wir wissen eigentlich nicht, ob wir weitermachen oder nicht. Weil dieses Format eine Form annimmt, eine Wendung annimmt, mit der wir eigentlich nicht mehr so cool sind und wir viele Entscheidungen decken, die nicht zugunsten der Kandidatinnen und Kandidaten getroffen werden, sondern eher zu einem veralteten, längst für meines Erachtens überholenswerten Format. Ich vergesse, wo ich sonst angefangen habe. Wir wissen, was du sagen willst. Also, da waren wir uns, glaube ich, relativ einig. Also, es war tatsächlich die Diskussion im Raum, das ganze Format quasi abzubrechen, beziehungsweise zu überholen und anders zu gestalten. Warum nicht komplett abzubrechen, warum anders zu gestalten? Das ist zum einen der Grund, weil wir tatsächlich das Einzige und das, was wir in der Show lieben, sind die Kandidatinnen, die Kandidaten, sind großartige Menschen dabei, die künstlerisch super unterwegs sind und genau das wollen wir feiern. Und deswegen bleiben wir dabei. Und deshalb bleiben wir dabei. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir haben uns echt kurz überlegt, wie machen wir das? Laden wir dann einfach nur die Kandis ein und schauen uns nur die Auftritte an. Das Ding ist, Semenia 21 hätte ein Format werden können, das strotzt vor Individualität, das strotzt vor Diversität, Neuerfindung und all das ist nicht passiert. Das Beste, wir haben das schon oft gesagt, das Beste an dieser Show sind die Kandidaten und deswegen sind wir dabei, weil wir denen den Respekt zollen wollen und weil wir für die einfach da sein wollen, auch wenn wir eine geringe Zuhörerschaft haben, wir lieben euch alle, aber wir wissen, dass die Kandidaten sehr viel Wert darauf legen, was wir zu sagen haben und deswegen we don't want to let anybody down und deswegen sind wir immer noch da, nur für euch und für niemand anderen. Exactly. Und bitte wundert es euch dann halt nicht, wenn wir dann einfach über die Show itself nicht so viel Positives zu sagen haben, beim Kostüm angefangen und bei dem, ja, ich weiß gar nicht, wo wir aufhören sollen. Redaktionellen Entscheidungen aufgehört. Genau. So. Wie dem auch sei, wir freuen uns voll. Wir haben heute drei Star-Tickets vergeben während der Show und das war die Anna. Yes! I'm so happy. Oh Gott. eines meiner Schäfchen, das im Trockenen sein soll und bleiben soll. Ein weiteres Star-Ticket hat bekommen Theodora. Auch das nächste Schäfchen Nummer zwei. Nächste Schäfchen und dann Laura. Ja, sie ist auch ein kleines Schäfchen. Und noch weiter sind dann fünf Kandidaten, Kandidatinnen und zwar der Mert, der Felix, die Stefanie, der Michael und der Tobias. Gott sei Dank. Yes, 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 yes. Ich finde, es wurde viel, viele redaktionell gesehen wurden in dieses Show unglaublich gute Talente zusammengefasst. Was bedeutet, dass unglaublich gute Sänger, Sängerinnen die Show verlassen werden? Und das ist auch passiert. Finde ich redaktionell ziemlich geschissen. Aber ich meine, seid ihr irgendwo, ich darf das jetzt sagen, aber seid ihr irgendwo angrennt? Also wie kann man einen Nastia nicht weiterlassen? Das, Entschuldigung, 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 Was will Starmania 21? Was ist das Ziel dieser Sendung? Was ist das Ziel dieser Sendung? Offensichtlich nicht die besten Kandidatinnen und Kandidaten, die talentiertesten Künstlerinnen und Künstler weiterzulassen. Das ist offensichtlich nicht das Goal. Weil hier wurden Leute rausgeschickt, die meines Erachtens im Finale hätten stehen sollen. Locker. Aber ich habe ein Muster gefunden und mein Muster, also was ich entdeckt habe, ist, dass Kandidaten, Kandidatinnen bei The Voice waren, wie zum Beispiel die Selina vor zwei Wochen, dann die Nastia und auch heute der ähm na? Wer war ein? Der kleine Trolli. Der war zwar bei The Voice Kids. Marco. Nein, nein, der Marco war nicht bei The Voice. War der Marco auch bei The Voice? Der Marco war auch bei The Voice, der ist auch nicht weitergekommen, aber dann war noch der kleine, der mit der Trollfrisur, wie hieß der denn? Der Markus. Ach, der Markus. Aber war jetzt der Markus und der Marco bei The Voice? Nein. Also, okay, um jetzt quasi um den ZuhörerInnen quasi das jetzt verständlich zu machen, wir haben gerade ein Flüstern wahrgenommen von der Redaktion. Schatz, das Ding ist folgendes, das Ding ist folgendes, sei es wie es sei, wir entdecken ein Muster, wir sehen, dass Konkurrenzformate nicht so gern gesehen werden, im Stamina Kontext finden wir schade, warum Lotze so nicht überhaupt ein, wenn sie es dann eh ausgeschmeißt. Die wollen halt die eigenen quasi Talente finden. Puzzi, 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 Bär. Ich hätte nichtsdestotrotz ob der vielen Lowlights, die wir heute erfahren müssten, müssten, mussten, ja, ähm, wer sind die Highlights der heutigen Show für dich? Meine Highlights, ich habe heute mehr Highlights, also zum einen möchte ich unbedingt die Anna nennen, weil die Anna ist A, eine Studienkollegin von mir und B, hat sie das großartig gemacht. Ich liebe ihre Authentizität. Authentizität. Jetzt habe ich wieder das Tizi vergessen. Authentizität und, ähm, und ich, ich bin ein riesen Phantom vom, vom Tobias, weil er einfach halt emotional so viel rüberbringt. Mhm. Hm? Da kann das einfach. Und ich habe wirklich, ich habe bei ihm ein bisschen was, die, wie sagt man so schön, die Steffi-Werger-Vibes kriegt. Die hast du gespielt. Die habe ich gespielt bei ihm. Steffi-Werger-Vibes. Ja. Was? Die waren da. Und ich bin ein Riesenfan von Michael, der hat das einfach toll, toll, toll gesungen und ein bisschen ein, wie sagt man, so ein bisschen, also die Nastia ist sowieso klar, I'm a big fan, das ist eine wunderschöne Frau, die hat einfach Killer gesungen, das Outfit war katastrophal. Also ich glaube, das ist sogar mein Lowlight heute, also von der ganzen Sendung. Mein Lowlight, darf ich mir, mein Lowlight ist Nastia in all her presence. Zum einen, weil sie nicht weiterkam, das ist mein absolutes Lowlight und dieses Kostüm war eine Frechheit. Wie kann man so einer wunderschönen Frau sowas anziehen? Wer sitzt dort im Styling? Wer hat das Sagen? Lytles, bitte schaut euch einmal die Vogue an und dann seht ihr, was heutzutage angezogen wird und was nicht, aber das ist ein Desaster. Und um die Styling Department im ORF direkt anzusprechen, es war kein einziger Look dabei, der heute funktioniert hat. True that. Könnt ihr bitte eure Hausaufgaben machen? Danke. Ich finde halt, also können wir mal darüber sprechen, was einen guten Look ausmacht. Ich meine, vielleicht hört ihr auch irgendwer zu. Authentizität. Ja. Ich finde, wenn ich eine Person einkleide, dann will ich wissen, wo kommst du her? Was ist deine Vibe? Was ist der Song? Was wollen wir damit sagen? Wo treffen wir uns als Stylist und Künstler in der Mitte? Wo können wir das Beste aus dem rausholen, was wir beide in dieser Situation empfinden? Was ich hier sehe im ORF Styling ist desaströs. ist es auch. Desaströs. Es ist Klapper, es ist Otto-Katalog vor 15 Jahren. Es ist zum Schämen. Sorry. Ich finde, was auch wichtig ist, ist einfach, dass der Look eine Geschichte erzählt. Nicht 15 Geschichten, so viele Teile gibt es teilweise gar nicht bei einem Look, aber ich finde, er muss eine Geschichte erzählen. Es muss genau klar sein, worum er sich handelt und das nicht stereotypisch, sondern auf den Typ abgestimmt. Genau. Wir wollen Individualität, wir wollen Authentizität und wir wollen, dass wir, wir wollen es spieren mit bis eine ins Hirn. Um die Niedel zu zitieren, we love Niedel. We love Niedel. Ich liebe sie. Mein Highlight heute Abend war einer von einer. Bonina Brown. Einer von einer, Bonina Brown. Die Interpretation war derart mit einer Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit und das will ich, wenn ich auf ein Konzert gehe, wenn ich jemandem zuhört und will ich vollstes Vertrauen haben in die Person, dass diese Person mich durch den Abend trägt mit Emotionen und allem drum und dran. Und das kann die anderen, zu 200 Prozent. Beim Look, haben wir schon gesagt, Make-up. Aber trotzdem, mein Highlight war heute die Anna. Kann ich total nachvollziehen. Das Coole bei der Anna ist halt, dass sie wirklich sehr authentisch ist und das das nächste Coole, finde ich ja, kann man vielleicht auch einmal erwähnen, ist, dass die Anna fährt ja mit dem Radl zum ORF. Geil. Die wohnt irgendwo ein bisschen weiter weg, ich will jetzt nicht sagen wo, in irgendeiner anderen Bezirk aber was, die denkt sich Freitag vor der Show, ich war mit dem Radl, weil dann habe ich einen kleinen Kopf und haben wahrscheinlich auch. Geil. Und das ist halt einfach ihre Bodenständigkeit, die Anna hat halt musikalisch in Österreich halt total gewonnen, die weiß, was sie kann, die steht sowieso auf eigenen Beinen, ob sie jetzt da weiterkommt oder nicht. Ja. Und ja, habt ihr es gehört, André? Ist ihr Wurscht. Weil die wird sowieso ihr eigenes Ding machen und macht sie ja schon und sie kann studieren und sie darf studieren und sie macht das großartig und ich freue mich so, dass sie einfach da tatsächlich die Möglichkeit hat, irgendwie authentisch zu sein und sich selber halt gut darzustellen und ich finde, das macht sie echt gut. Das macht sie. Und das ist eine Herausforderung, weil wir beide wissen, beim Thema Styling, beim Thema Matzen, also diese Videos, die vorher eingespielt werden, bei den ganzen Interviews, bei dem Arabella Talk, bei der Jurybewertung, da wird man in sehr viele Schubladen gesteckt und kann sehr schnell irgendwo reingesteckt werden, wo man gar nicht hinkommen will. Ich finde das so schade, ich finde das so schade, weil die Verantwortlichen glauben, dass sie so alte Stereotypen bedienen müssen und das ist so ein Bullshit. Wir sind 2021. Wir wollen fresh, wir wollen new, wir wollen neue Opinions, wir wollen dem Publikum auch neue Wege aufzeigen und nicht in die Clashen, in die Presse reinhauen, nicht in die Presse reinhauen, wo wir glauben, dass es die letzten 25 Jahre funktioniert hat. We have to move the fuck on. Ja, und das sind ganz, ganz viele Punkte und das fängt beim Thema Gendern an, was halt einfach von Anfang an der Show nicht passiert ist. Dann auch diese Einteilung in Buben und Mädchen, wo man sich denkt, okay, Geschlechterdiversität, vielen Dank, von vor 20 Jahren, es geht auf keinen Fall. Und wir sind einfach tired. und wir sind nur mehr da wegen den Kandidaten, wirklich. That's the only reason and we love you. We say it once and we say it again, wir sind für euch da, weil ihr Talent seid und ihr habt eine Vision und ihr wisst selbst, wer ihr seid und was ihr aus eurem Leben machen möchtet und ihr seht diese Chance, Stamania, die eine ist, don't get me wrong, es ist eine Plattform, die ihr nicht bekommt, die man vielleicht sonst nicht bekommt. I'm sorry. Und nutzt, ich kann es mir nicht, Stopp, Hallo, sind wir schon fertig? Hallo, nutzt die auch, aber, aber überschätzt es nicht, aber überschätzt es nicht, weil das, was wir hier sehen, es geht besser. Meine Lieben, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich wollte auch noch was dazu sagen. Sorry, ich habe keine Ahnung. Also schätzt diese Chance, aber vor allem, bitte, ob ihr rausfliegt oder nicht, aber bleibt ihr selbst, seid ihr selbst, steht für das ein, für das ihr einstehen wollt und kämpft darum, ihr selbst zu sein und euch zu präsentieren und das ist das Wichtigste, weil, who gives a fuck, wer ist der Männer gewinnt? Was gibt es eigentlich zu gewinnen bei dieser Show? Das ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Es gibt, es hat weder Preisgeld, noch Plattenvertrag, noch irgendwas. Ich glaube, es gibt einen fechten Händedruck von der Arabella. Was kriegen Sie? Werbe? Was? Ich weiß es nicht. Einen Clip können wir drehen. Alles klar. Keine Ahnung. We love. To entertain you. Pussy. Genau. Also, wir schauen uns die Sache weiter an, aber wir sind nicht mehr sehr amused, außer über die KandidatInnen. Bis zur nächsten Folge greift es ein bisschen nach den Sterndalen. Wenn es wieder heißt, nächsten Freitag bitte einschalten und am Samstag dann den Podcast bei Ohren zu Adeln auf. Pussy. Superbar. Pussy. Ende Gelände. Ende Gelände. Ende Gelände. Wollen wir einen streng? Wollen wir schieren? Okay. Ich bin gut, ob ich ein Schihe kann. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.